Willkommen zurück zu den besten Leveln aus dieser Woche. Und was ist denn mit den Top 3 Plätzen los? Die haben alle diesen Bogen in ihren Levelnamen. Gehören die zusammen? Ein einigermaßen schweres Kaizo-Level mit einem Checkpoint. Nicht für mich gemacht? Oh. Schauen wir mal, was auf mich zukommt. Sah eigentlich ganz gut aus von den Thumbnails her. Ja, und eigentlich enttäuscht die Bestenliste ja sowieso nur in den seltensten Fällen. Schlecht sind die Level nie. Höchstens vielleicht ab und zu mal ein bisschen langweilig. Und eintönig. Geht's da rein? Nein. Ah, optimale Gelegenheit für einen Kaizo-Block eigentlich. Aber dann wäre es wahrscheinlich nicht in der besten Liste, weil alle Rage quitten. Mhm. Ah, das ist doch mal ein Level, das sich äußerst gut blind lesen lässt. Sagte er und... Ja. Das ist, wenn man trainiert drauf ist, dass Peace-Fitch-Blöcke zweckentfremdet werden als Indikatoren. Dann springt man da automatisch immer hin. Auch wenn's auf einmal nicht mehr der Fall ist. Haha. Hm. Das ist aber auch ein Sprung, du. Vom Winkel her. Da soll ich drüber? Gut, da ist das Ziel, aber... Der Sprung ist nicht ohne. Sehr cool. Einfach nach vorne halten. Stur. Risky Ride Platterformero ist auf Platz 2. Team Indie. War der andere auch Team Indie? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber die sind ja aus ganz unterschiedlichen Ländern, obwohl das gar nichts zu bedeuten hat. Aha. Das ist auf jeden Fall eher ein Team Shell-Level. Haha. Mit Kugelwilli eingestreut. Oh. Dieser Eisblock hat mich extrem abgelenkt. Mhm. Siehste? Diesmal war es wieder in Ordnung, zum Peace-Fitch-Block hinzuspringen. Die sind aber auch irgendwie optimal. Sogar noch besser als Münzen, weil man halt... Ja, sieht... Uff. Was sich dahinter verbirgt. Zumindest ein kleines bisschen. Na, die Münze verdeckt ja. Aber der Peace-Fitch-Block, der unaktivierte... Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Fadenkreuz. Was ist denn das für ein Sprung? Haha. Ich kann wahrscheinlich noch ein bisschen näher an diesen Spike da oben dran gehen. Ich habe zu viel Respekt. Ja, der ist ja... Da kommt man ja gar nicht hin. Der ist nur zur... Zur Show. Mhm. Zur Abwechslung mal kurze Sprünge. Und das im Anschluss... Ist kein kurzer Sprung. Hopp. Einfach sofort weg. Die Plattform will einen mit in den Tod reißen. Das darf man nicht zulassen. Mhm. Sieht man auch selten diese Art von Sprünge in Mario Maker? Haha. Weil die gar nicht so einfach sind. Einfach dadurch, dass man so lange braucht, um auf Tempo zu kommen. Ach, sieh mal. Einfach den Knopf gedrückt halten. Dann funktioniert das ohne Probleme. Das ist so ein musikalisches Land hier. Überall hat es... Überall hat es Notenblöcke. Das ist schon wieder so einer. Von fallenden Plattformen abzuspringen. Irgendwie hat man das Gefühl, man müsste viel höher springen können. Und dann reicht es doch nicht. Äh. Hier sieht man aber echt brutal spät jedes Mal, wo man hin muss. Irgendwie hat es trotzdem hingehauen. Noch ein Platter vor Mero. Er so langsam verdichtet sich die Theorie, dass die irgendwie zusammen gehören. Team Loco. Haha. Team Verrückt. Da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Dieses Shrimp oder was das ist. Kostüm. Diese Maske. Wieso benutzen die eigentlich alle? Ist die... Kriegt man die für irgendwas Besonderes? Weil... Ich seh die irgendwie in letzter Zeit nur noch. Wo geht denn der hin? Ach, da. Mhm. Ach so. Das hab ich gar nicht realisiert. Wow. Das heißt, ich muss mich hier beeilen. Allerdings auch nicht zu sehr. Wieso ist denn das so verwirrend? Ich... Das Level ist verwirrend. Haha. Erstmal... Erstmal Trampolin holen. Ach so. Okay. Ich bin schon zu verwöhnt. Ich... Rechne jedes Mal damit, dass da einfach ein One-Way dahinter ist. Aber... Ist in Ordnung. Ihhh. Der... Der Sprung ist gar nicht... ...bequem. Mhm. Ich hab den Ausgang gefunden. Was ist mit der Röhre los? Wieso war die zweifarbig? Das geht eigentlich nicht. Man kann ja nicht nur... ...den Röhrenteil... ...platzieren... ...ohne den Ausgang. Mhm. Ich dachte schon, ich hätte zu früh geworfen. Er will tatsächlich nochmal einen sehen. Ich hab halt wirklich nicht gesehen, wo es lang geht. Meine armen Augen. Klauen-Action. Klauen-Action. Hoppla. Die Stacheln da oben. Die sind nicht nur Deko. Der Sprung ist so gruselig. Äh. So. Ich beeil mich nochmal. Obwohl, daran hat's ja nicht gelegen. Es lag mal wieder... ...an der freundlichen Klaue. Ja. Hier ist es schon wieder. Ach so, doch. Natürlich. Man kann die ja einfach umdrehen. Ha. Shell-Jump? Wie ungewöhnlich. Das passt irgendwie nicht zum Rest des Levels, muss ich sagen. Aber dafür ist auch der Abschnitt sehr kurz. Alles klar. Tascho. Was heißt das? Irgendwas mit warm? Keine Ahnung. Würde zumindest passen. Von wegen Lava und so weiter. Oh ja. Hahaha. Das passt. Beeilung ist hier angesagt. Von Revolve hab ich... Pfff. Schon lange nichts mehr gespielt. Hm. Warten ist keine Option. Hier muss man äußerst schnell sein. Also keine Fulljumps. Zumindest, wenn sie's vermeiden lässt. Ah. Okay, das ist hart. Reicht's vielleicht auch noch, wenn der P-Switch schon in die Lava gefallen ist? Kommt man dann noch hoch? Weil ansonsten müsste man da schon sehr genau timen. Halleluja. Naja, es reicht. Okidoki. Jetzt hoffe ich, ich bin da. Moment, ich darf sicher nicht stehen bleiben. Ja. Darf ich nicht. Darf ich nicht. Wuhu. Nein. Und dann den. Wie typisch. Die schwierige Sache schaffe ich. Aber den Pille-Palle-Sprung natürlich nicht. Fast schon wieder zu kurz. Was ist mit der Stelle denn nicht in Ordnung? Ist das ein Spike? Oh. Wie? So, diesmal gehe ich direkt weiter. Fiu. Das ist aber ein Checkpoint wert. Oder? Nein. Gerade noch gecheckt. Was habe ich davon, hier durchzugehen? Eine einzelne Münze. Für die ich gegrillt werden kann. Und an die ich nicht mal rankomme, oder? Hahaha. Haha, come on. Was für ein Tease. Gib her. Äh. Ne, geht nicht. All das für nichts. Damit ist der Schlüssel ja auch komplett nutzlos. Weil den kriegt man sowieso hinterher geworfen. Das war aber mal echt ein interessantes Level. So anders. Schon wieder einer mit solchen Bögen im Namen. Ist das nicht sogar Elgus? Ja, das ist der gleiche. Okay. Na dann. Ärger im Wald. Thumbnail sagt, es ist eine normale Oberwelt. Ist das eine großartige Lüge? Hm. Ah. Ah. Da beginnt der Ärger auch schon. Der Ärger mit den Indikatoren. Ja, das ist wirklich sehr, sehr stark davon abhängig, wie man da ankommt. Sonst passt das hier überhaupt nicht zusammen. Warum sind da Blöcke? Und warum aktiviere ich sie? Oh, das ist auf Zah- Blupper-Hitboxen. Weißt du, die Bombe ist doch schon angezündet. Warum kommt da denn nochmal ein extra Flammen-Ding hoch? Trollololololol. Mh-Mh. Er ist noch ein bisschen frostig. Ha, das mag ich irgendwie immer. Hat auch sehr an Beliebtheit gewonnen. Mhm. Da kommt dann erneut. Ja, das war doch mal ein Abschnitt. Mit dem ich mich zufrieden geben kann. Und da war auch der versprochene Wald. Er hat keinen Fallschirm. Ich bin entzückt. Hihi. So viele Spins. Wow. Ich war völlig überrascht von der Langsamkeit dieser Bewegung. Ja, davor noch der Thwomp. Der hier mit 80 kmh angedüst kommt. Und dann das Ding. Schläft ein. Huh. Oh, das war's schon. Gerne doch. Immer wieder. Miami's Munch Me Thrice. Skunk Punks. Sagt mir auch ein bisschen was der Name. Vor ein paar Wochen vielleicht schon mal in der besten Liste gewesen. Hashtag Team Shell. Hm. Super Mario Bros. 3 ist eigentlich ein echt hübscher Spielstil. Manchmal ein bisschen überladen. Wenn man zu viele Deko-Elemente benutzt, dann sieht man irgendwie nur Pixelbrei vor sich. Also zumindest geht's mir so. Aber so im Grunde... Sehr hübsch. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass das hier ein Luftschiff ist, der Bildschirm sich ständig von selbst auf und ab bewegt. Und es mir dadurch schwieriger macht, die Shelljumps zu landen. Oh, ich folge dir in den Tod, mein treuer Panzer. Was ist das hier? Ist das eine Vorschautür? Mhm. Hm? Da war ich allerdings noch nirgendwo in der Nähe. Autsch. Das ist aber nicht leicht. Triple sogar. Da war nochmal eine Markierung. Oh, der war tief. Wieso kam denn der so, so spät? Hier lieber mal einen Fulljump machen, oder? Hey, Luftschiff und Shelljumps ist echt das Härteste, was man sich vorstellen kann. In welcher Richtung sollen der so? Irgendwie... Oh, da ist eine Decke. Wenn man nur nicht so knapp da an diesem Muncher vorbeispringen müsste. Mhm. Das ist aber auch schon die Stelle. Mit der Tür. Dann kann ich die ja direkt nochmal üben. Kurz vergewissern, dass das echt ein Triple Shelljump ist. Ja. Äh. Ja, das wird wieder nicht reichen. Ich weiß nicht, die Stelle macht mir Angst und dann bremse ich ab. So, diesmal habe ich den Schwung fast zu viel. Mmh. Danke. Danke für dieses One-Way. Ich meine, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt in den Muncher reinspringe oder ins One-Way? Die Antwort lautet, ich bin so oder so down anschließend. Das ist aber auch ein Winkel, den man hier da durchtreffen muss. Yes! Was ist das da oben? Ich gucke es mir lieber nicht an. Das ist nur ein Shell-Delivery-Service. Mhm. Ah, ein Ziel. Ja, das war cool. Cooles, knackiges Shelljump-Level. Red Cooper Skyway auf Platz sieben. Kommentare sind deaktiviert. Schnell. Schnelles athletisches Level. Also alles, was ich nicht bin. Weder schnell im Geiste, noch athletisch im Körper. Wieder so einer. Endlich mal ein bisschen Entspannung für die Augen. Also wenn ich jetzt nicht sehe, wo es hingeht, dann habe ich keine Ausrede. Ah, ah, ah. Mal was anderes. Nicht ich springe auf den Panzer, sondern der Panzer springt auf mich. Warum ist da eigentlich eine Münze auf der Piranha-Pflanze? Das ist milde, irreführend. Ja, dass das so gut passt. Hui. So, wenn ich jetzt abspringen könnte. Keine Ahnung, woran es gehapert hat. An Ellen Harper. Ist denn das, woran liegt denn das? Ob diese Viecher nach dem Auftreffen nach links oder nach rechts weggehen. Das ist mal wieder fehlendes Mario-Maker-Wissen. Mhm. Schöner Einsatz der Schlange. Kriege ich noch einen? Aber hallo. Ich muss noch nicht mal für ihn abbremsen. Oder besser gesagt, ich darf nicht für ihn abbremsen. Sonst komme ich hier nirgendwo hin. Checkpoint vor der Röhre. Ist auch mal was Neues. Habe ich eigentlich schon rote Münzen eingesammelt oder kommen die noch? Manchmal sind die ja auch nur dazu da, für den Fall, dass man das Level am Stück schafft. Ne, da sind sie. Da sind sie. Einfach so. Ey. Das kommt auch so überraschend. Ich gucke da ja gar nicht drauf. Ich gucke dahin, wo ich hinspringen muss. Und nicht, ob der jetzt hier in die richtige Richtung abbiegt. Oder Liegt es vielleicht tatsächlich daran, auf welcher Seite man den trifft? Oder vielleicht sogar, in welche Richtung man mit dem Charakter guckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein ein Rätschel. Okidoki. Oh, es war das so gedacht, wenn ja. Sehr cool. Mit R-Shell-Jump. Ja, jetzt habe ich nämlich den Schlüssel nicht mehr. Das heißt, ich muss am Ende wahrscheinlich auf irgendein Goodie verzichten. Ah, diesmal hat es nicht gereicht. Aber ja, es ist eigentlich so gedacht. Beziehungsweise, wenn man es schafft, dann kriegt man die 50er Coin. Oh, jetzt bin ich schon so verunsichert, weil ich nicht weiß, was die machen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie nach rechts weglaufen. Darauf muss ich es anlegen. Hier könnte ich jetzt den Schlüssel einsetzen, wenn ich ihn noch hätte. Und dafür gibt es die finale Coin. Naja, okay. Immerhin versteckt er es nicht, sondern zeigt es einem. Moment, das war ja... Das war ja ein kostbarer Tod. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass da nochmal ein Checkpoint war. Aber ist ja gar nicht möglich. Das war ein Momentum... Boah. Mhm. Das war nett. Solace and Serenity. Es ist nicht das Sterben, das schmerzt, sondern das Warten auf den Tod. Deep. Sehr deep. Hahaha. Ja, das trifft auch auf Mario Maker zu. Ist in der Tat so. Ich sag nur Anti-Soft-Lock. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass das ein Level aus der besten Liste hat. Moment, was ist mit dem Zeug... Was, was, aber... Egal. Ignoriere ich einfach immer wieder alles. Ich interpretiere da immer zu viel rein. Ja, schon wieder. Ja, die Knochenbahn, ja, die sticht so heraus durch ihre Farbe. Die zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Hier ist aber auch was los. Schon wieder so ein fetter Goomba. Heute ist der Tag der fetten Goombas. Wo ich da ran? Hm. Ist bestimmt sowieso nichts drin. Und es geht... ...genauso weiter. Sogar extrem ähnlich. Fühlt sich an wie ein Remix vom ersten Level-Teil. Aha, hier kriege ich wieder ein One-Way. Das gibt doch direkt einen Daumen nach oben. Wow. Ah! Sehr cool. Das hat Spaß gemacht. Voll die Zerstörung noch angerichtet währenddessen. Bingo. Hier ist so ein Team-Jamp-Level. Der Creator wurde mir schon vorgeschlagen. Und ich glaube, von dem spiele ich sogar die Super-Welt. Die ist nämlich besonders. Deswegen spare ich mir das mal noch auf. Und mache mit Platz 10 weiter. The Peking Underground Rails Kaizo Light. Ah, von Bufflin inspiriert. Apropos Bufflin. Bei dem müsste ich mal wieder reinschauen. Ich weiß gar nicht, ob der noch Level macht. Aber der war ja... ...so am Anfang des Spiels einer meiner Lieblings-Creator. ...die einfach unfassbar gute Level macht. Aber wirklich schon lange nichts mehr von ihm gehört. Es ist... Die Kreuzchen sind wirklich eine schöne Sache. Ja, weil man sieht... Okay. Ich bin nicht der Einzige, der da reinspringt. Auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt, als wäre man der Einzige, der das schafft. Boi, 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 boi. Mhm. Trampoline halt. Du kannst da mit dem schönsten Momentum ankommen. Die Trampoline schaffen es jedes Mal, es irgendwie kaputt zu machen. Jetzt würde ich so langsam gerne irgendwas sehen. Mhm. Die Mario-Kart-Musik passt wirklich sehr gut. Da wäre ich jetzt echt sauer gewesen, wenn ich da noch irgendwas hätte machen müssen. Safe. Boop. Erste Runde geschafft. Lab 2. Kommt da noch was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und bin immer noch am Leben. Äh. So. Plattform-Momentum. Schön aufpassen. Ah, der Autoscroller ist zum Teil echt langsam. Oder ich bin zu ungeduldig. Die wird hier nicht bleiben. Oh, verkackt. Das tut weh. Yes. Was ist das denn? Eine Gummiente? Das scheint ziemlich hart zu sein, aber es sieht auch irgendwie interessant aus. Mit Thumbnails kann man mich immer locken. Ach. Und das ist wahrscheinlich nur der Anfang des Levels? Mhm. Ja, das geht noch. Das war es nicht. Das war es definitiv nicht. Das ist quasi nur der Einstiegstest, ob man überhaupt geeignet ist für dieses Level. Ich sehe, was man hier machen muss. Man kann neben dem Thwomp stehen. Uuuh. Das ist ja mal heftig. Ja, und dann sterbe ich da drüben. Wow. Wie viel Grobmotorik kann man eigentlich haben? Und nü? Dadurch? Weil ganz oben drüber schaffe ich nicht. Das sollte eigentlich ein geduckter Sprung werden. Ja, von der Seite sind die nicht gefährlich, die Thwomps, aber von oben. Wenn man versucht, über sie drüber zu springen und dann anschließend hier wieder runter will. Wofür ist der... Achso, der Schalter, den muss ich anschließend noch aktivieren. Oder... Kann man da etwa auch stehen? Äh. Hahaha. Kann man. Okidoki. Wow. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Es ist noch nicht vorbei. Hier muss man Anlauf haben. Ich meine, ein Schritt reicht ja. Ah. Ok. Ok. Wow. Jedes Mal diesen Raum. Und dann hier. Oh nein. Ah. Ich hatte ja solche Precision Level eigentlich. Aber das hier ist... Ich weiß nicht. Das hat mich jetzt irgendwie gecatcht. Das möchte ich gerne schaffen. Ich weiß nicht. Dieser Sprung... Der ist vielleicht... Zwei Pixel oder so. Mehr hat man da nicht. Das ist schon sehr eklig, muss ich sagen. Okay, man darf mit dem Kopf ein bisschen in das Trampolin, denke ich. Nur der Arsch darf nicht rausgucken, das ist das Wichtigste. Oh nein. Nein, wie soll das gehen? Muss ich von unten abspringen? Ist es gar nicht, dass man nach oben klettert und sich dann fallen lässt? Der ist halt so knapp. Also gegen den Checkpoint hier für den zweiten Raum oder nach dem ersten, da hätte ich wirklich nichts, gar nichts gegen gehabt. Wie man da die Arschbacken zusammenkneifen muss, das ist unglaublich. Ist das zu hoch? Uh! So, jetzt versuche ich mal hier zu springen, obwohl... Was ist das für ein Sprung? Ich meine, bei aller Liebe, das sieht furchtbar aus. Ah! Nein! Come on! Ich weiß nicht. Kann man das überhaupt überleben? Ich glaube, man kann es nicht überleben. Man muss den Sprung anders machen. Man kann nicht so niedrig springen. Selbst wenn man sich duckt und den Knopf nur so streichelt. Man stirbt trotzdem. Ja, man stirbt. Man muss das anders machen. Das Level ist halt so interessant, weil... Es ist alles super präzise. Aber es ist nicht pixelperfekt. Ja, man kann es durchaus schaffen. Okay. Was muss ich hier tun? Gibt es hier vielleicht einen anderen Weg? Ich muss auf jeden Fall von hier aus springen und dann rüber. Oh nein! Das ist... Das ist ja grauenhaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Und jedes Mal muss ich das ganze Level wieder spielen. Wie soll das funktionieren? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man Anlauf nehmen muss. Und mit Schwung da reingeht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es ist halt so eng. Ich kann ja nicht von hier... Von hier loslaufen und dann... Das geht nicht. Wie ist es also dann gedacht? Da kann man von hier losspringen und dann rüber. Ich kann halt echt nicht niedriger springen als so. Und selbst das funktioniert nicht immer. So sieht es ja eigentlich aus, als müsste ich es überleben. Aber irgendwie überlebe ich es halt trotzdem nicht. Nee! Boah, was ist das? Es kann eigentlich nur so funktionieren, oder? Boah, das hätte es echt nicht gebraucht. Ich habe mal auf Mario gewechselt. Weil Todets Schädel halt einfach zu fett ist. Ich weiß, es macht keinen Unterschied im Spiel, aber... Es hat einen psychischen Effekt. Oh, nein! Ich habe jetzt doch wieder auf Todet gewechselt, weil... Mit Mario lässt man sich irgendwie zu leicht täuschen. Eben weil er nicht so eine große Birne hat, grafisch. Oh Gott! Manchmal... Manchmal habe ich das Gefühl, da ist kein Spot, an dem man stehen kann. Wirklich! Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch. Muss da irgendwie reinsliden. Ah! Keine Ahnung, wie es eigentlich gedacht ist. Vielleicht geht es tatsächlich nur so. Aber es ist wahnsinnig. Es ist ein echt dreckiger Abschluss für so ein Level. Und ich habe keine Ahnung, wie man das in 17 Sekunden abschließen kann. Auf jeden Fall ist das definitiv das Ende dieses Parts. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, wir gehen. Ciao! So denn. Ich hoffe, es geht jetzt mal.